Musik Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der Luke dabei und heute spielen wir wieder. So, was könnte ich denn jetzt machen? Ja, wir haben verschiedene Angebote. Dreschen kannst du. Kartoffeln ernten wäre wichtiger. Oder was du auch machen könntest, wäre halt noch ein bisschen viel. Ja, das sind Kartoffeln. Auf welchem Fett sind die Kartoffeln? Muss man durchhalten. Ach da, okay. Wenn ich Zeit habe, kommt vielleicht heute noch ein zweites Video an. Seid gespannt, seid gespannt. Seid gespannt. Seid gespannt. Ja. Aber wenn, dann kommt heute nochmal mein Quark. Und ab Freitag habe ich dann öfter Zeit Videos zu machen, weil ich da Ferien habe. Ja. Ja. Könnt ihr auch mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr jetzt auch Ferien habt? Wie ist es bei dir Luke? Ich weiß. Ob du auch Ferien hast? Ja, ich habe auch Ferien. Okay. Ja, ich habe auch schon mal mehr. Vielleicht ist er Luke auch wieder dabei. Im Minecraft Video. Ich glaube, ich habe eher nicht. Ich würde es wahrscheinlich nicht wachsen sein. Dass du nicht dabei bist. Oder dass du dabei bist. Ich würde es wahrscheinlich nicht wachsen sein. Ja. Was ich ein bisschen lange für Doppel-Anhöschel-Fahrer bin. Das ist nur so wenig Kapazität. Ja, das ist wirklich du. Dass du nur 9000 Liter hast. Du hast einen Sport dort auf der großen Welt. Ich bin voll. Ja, ich habe es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Ja. Mit einem Liter bin ich auch noch 2.5. Ich habe es gesagt. Ja. Na ja. 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 Jetzt hängt Luk. Ja. Ich hedelisch. Wenn du den Hänger stören��를 hängt, findest du. Äh, eruge den Hänger dann! Wohin auch hast du den Hänger. Wir müssen hier zusammen Usort celestial sein, denn jetzt wieder dem hängt den Hänger an, das war ich weg. Wen mögen uns dann样, events. Nein, keine opportunities. Unverständlich sein, der amset dar. Verb¿. Doppel, mach 4, 3,5,3,6,4,5,4,7,5,4,4,4,4 dimain. Ich bin echt nicht aus. , aber weil du halt, toll aus mir bist. Warte, bleib stehen. So. Vielleicht sind wir auch in meinem Minecraft-Video zu dritt heute. Vielleicht. Kann sein? Ja, kann sein. Das hier, du bist voll, oder? Nein, ich bin nicht gut. Ich habe aber noch 800 bei geschrieben. Jetzt bin ich leer. Und das hier ist auch eine Map, die in LS im Mod Hoster, glaube ich war das, dabei ist. Die gibt es überall. Da gibt es auch einen normalen Ort. Wenn ihr wollt, kann ich auch in diesem Video mal mit dem Auto rumfahren und etwas davon zeigen. Wenn ihr das Platinum geholt hat, dann wisst ihr eigentlich. Das Platinum von 17 Jahren. Ich hatte zum Beispiel Platinum nicht. Also das war schon, da gab es sie auch. Das wird es einfach nicht. Aber ich kann es ja nachher mal zeigen. Ich mache die Einladung noch voll. Und nicht wundern, dass er mich immer noch 10 Minuten Videos aufnehmen, weil das dauert eben schon bei mir ein bisschen länger, bis es hochgeladen ist. Irgendwann später werde ich vielleicht auch mal streamen. Das wird bestimmt noch ein bisschen länger dauern. Was hast du gekauft? Wir haben ja auch noch einen Traktor gedruckt. Ach so, okay. So, die eine Spur bin ich jetzt zu Ende gefahren. Dann mache ich das aus und zeige es mal. Ich fahre einfach ein bisschen rum. So. Aus. So. So. Wir gucken uns jetzt mal kurz die Map an. Ich und meine Zuschauer. Wie bist denn du gerade? Ich komme mal hinter dir her, weil bestimmt wollen die Zuschauer dich auch mal sehen, wie du aussiehst. Denk ich mal. Also in L. Es ist nicht in. In echt. Oh. Es sind aber schöne preise Straßen. Ich muss nicht essen. Ich leer. Was? Ich leer. Ich bin leer? Blubbocken. Also ist deine Sendikartoffeln voll. Jetzt bist du wieder da unten. Achso, ich bin grad beim Shop. Ich fahr dir mal entgegen. Da steigst du mal kurz aus. Dann zeig ich dich mal. Ach da, okay. Da komm ich noch kurz raus. Weh, du wechselst noch mal. Hier ist er. Wolltest du mich grad tragen? Oh, da kommt der Zug. Oh Gott. Der Zug hat mich weggefangen. Ja. Härter als das Auto. Aber das Auto ist noch ganz heil. Steig mal aus. Warte doch mal. Na, warte ich. So. Ja, so sieht er aus. Mit einer schicken Schiene. Schöne Schuhe, die gebunden sind. Mit Gürtel. Weißes Hemd. Und mit Deutzen mit Zeug. Weiß. Ach nee, schon dir. Nee, es ist aber weiß. 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 So, da fahr ich mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich fahr mal zum Sechberg. Zum Sechberg. Ja auch. Was mach ich? Was mach ich eigentlich? Wir sind Silos. Ja, Ballsilos. Da kann ich aber mit dem Sögen was einladen. Oh, es seht ihr sogar gleich. Hi. So, wir sind gleich beim Sechberg. Beim Sechberg. Da steht die Frage vom Berind aber nicht. Warum ich, äh, ob ich heute nicht mal mit dem Eindruck guter sein werde. Wenn ich doch im Sechberg. ja das ist sein zwar bestimmt dass es hier ist dass es hier sein so hat auch einen eigenen mein kopf der peter wie aber nicht verraten ganz ganz wenn sie wird das raus muss wirklich unser freund sein manche große und nicht direkt nie mal und die auch keiner kann es auch nicht wissen eben auch da kommt schon wieder dazu meine ich fahr gerade bei den zugleisen in flammen als ob es hier bei der skala das erklärt doch alles ich denke ich wäre so vielleicht nächste woche so fünf sechs videos in der woche ausbringen jeden tag alles denke ich mal weil ich habe ferien ich habe zeit wenn ihr euch gefreut lässt ein like da und schreibt die kommentare könnt auch ruhig mal wenn ihr euch mein letztes video angeguckt habe ob das mit euch mit den partikeln gefallen hat dem look hat das nicht gefallen deswegen werde ich gucken ob ich welche rein macht ob es welche sind die mich ein bisschen mehr unsichtbar sind oder ich lasse ganz weg die map ist wirklich schön wo du die platin edition gekauft hast gab es auch noch traktoren und sowas dazu naja vielleicht vielleicht wenn sie das ja dann auch noch dazu bringen wäre cool oder ich bin der pro gamer ich stehe immer wieder auf da haben auch mal kampf der giganten gemacht aber darf ich jetzt nicht zurückkommen ich habe das leider nicht aufgenommen und stören widerstehe ich auch stehen schon wieder was machte der helfer f gerade auf dem feld 31 ich weiß auch nicht wann der volle ist ich komme aber wieder zurück ich habe doch gesagt ich habe mal kurz die map gezeigt aber ich bin der Das war's für heute.